Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Was ist bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören? Ich komm nach sechs Monaten aus Afrika zurück. Nach sechs Monaten harter Arbeit. Und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung wie. Entschuldige, das ist Leo. Ich muss ja nicht wegschütteln. Oh, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Möchtest du? Die sind bei dem Meeting übrig geblieben. Ähm, Casual Monday. Du, Richard? Ich, Brigitte. Uh, danke, ich hab keinen Hunger. Was ist das? Hm, Härtchen. Falsch, das ist ein Kündigungsgrund. Mein Gott, das ist doch lächerlich. Wollen Sie mich an der Stelle testen? Und die Dinger werden eh Müll gelandet. Dann entsorgen Sie sie doch. Sie sollten sowieso ein bisschen weniger essen. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Denn ich hatte, gut, ganz gut gut. Und, du hast discussed. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht.